Ja ne, ich bleib, ich bleib Ne, ne Motorrad Das heißt Hör auf I am the one the way Moin Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von G-G-G-G-G T-T-T-T A-A-A-A G-T-A Ja Leute, heute spielen wir einen GTA-Run Kaspar ist dabei, Broxo ist dabei Wir werden heute ein verrücktes Rennen spielen Mit sauvielen Geheimgängen Ich hoffe ihr habt Bock Falls ihr Bock auf die Folge habt, lasst auf jeden Fall ein Like da Wir trollen Ordentlich rein, würde ich sagen Ich wünsche euch viel Spaß Kuss geht raus und wir sehen uns drin Let's go Oh mein Gott, Digga Das schwerste Hey Hey Ja was denn Ja, oh Broxo, Digga Du musst, glaube ich, mit Platten fahren Hey, jetzt fährt mich Ich hab Platten Oh Junge, was ist das denn hier Jawoll Leute, wir haben Slead übernommen Easy going Easy going Oh Mann Kaspar Leon ist ganz schön am Ass So, Rache bekommen Oh, Raketen Ey, oh Hau rein, Leon Kennst du das noch, Digga? Hä? Upsi Da war die Z4-Ladung Ey, ohne Spaß, ne? Ihr werdet so geholt, Alter Boah, Digga Ich bin schon vorne, Alter Wo seid ihr denn überhaupt? Ganz entspannt Digga, die sind ja schon 3 Millionen Meter weit vorne Was ist denn da los? Nein, bin ich gar nicht So Leute Ihr wisst doch, wie es läuft Kaspar, Digga Was? Och, Leon, das tut mir echt leid Digga, Kaspar Du solltest das abkriegen Digga, was war das grad? Wieso hast du dich gekillt? Hä, hat Leon dich getötet? Ich weiß es nicht Ja, Moin, Digga Hä? Ah, da ist er doch Da ist er doch Ja, das Rennen macht auf jeden Fall Bock, muss ich sagen Ist, äh, ist okay, Digga So, was geht? Oh, oh, hey Ey Junge, du ziehst ja schon voll durch Ich wollte das gar nicht So, Deino, mach mal Platz da jetzt Oh, nein Oh, nein Oh, ich bin jetzt hier geballert, Leute Oh, ne, 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 ne Hey Das macht meine Hand Kaspar, Digga, was verlassen wir jetzt grad hier für eine Aktion? Ihr hättet es oben dann vermisst, oder? Nein, Leon ist hinter mir Oh, Digga, das war doch Spaß eben Das war doch eben Spaß Okay, Digga, was machst du da? Nein, Digga, lass es mal Oha, Leute, das läuft Oha, oha Der, du fliehst Ja, moin Der fliegt Ey Du Dreckschwein, Alter Das kriegst du wieder Ich ihn runtergehauen hab vom Ultoran, Leute Das sah jetzt zu nice aus Kaspar, ich bin direkt hinter dir Geh, 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 geh So Und zwar Oh, chillig Hey, hey Kein Schritt weiter Was ist los? Äh Du auch nicht Okay Ja, ne Ich bleib, ich bleib Ich bleib im Motorrad Das heißt Hey Hör auf I am the one, don't wait Was sollte das denn grad? Ich brenne Hilfe Der, du machst den Ghost Rider Riecht sie durch Der, der Ghost Rider, Digga Dass ich mir auf meinen Pjarten schießen muss Ah Fun, 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 Digga Leon Mach's gut Oh, nein Wow Wow Boah, das ist eigentlich Raketengrad Alter Schwede Der ist doch lebensmüde, Mann Oh, nein, 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 nein Oh, das war so knapp Tschüssi, Digga, auch rein Das, ich bin doch schon wieder da, Digga Was los? Ja, fahr mal, Digga Reifen sanieren Meine Reifen sind schon Nein Tschüssi Ich hab's nicht gesehen Hey Jungs, mach nicht den Wartet auf mich Der, du eierter vorne rum, Digga Nein, Idiot So, Digga, wir machen mal die Maut Kaspar, bezahlst du die Maut? Kaspar Ja, ich hab die Maut, ich bin ein sehr guter Bürger Ja Okay, Digga, der Nächste Ja Das ist doch möglich Hey Nein Kaspar Oh, das war knapp, Digga Oh, das war knapp, Digga Hey Leute, wo sind die? Leute, wo sind die? Gein Oh mein Gott, ich schwör dir ist schwer Ich schwör dir ist schwer Alter Nein, nein, ich wusste Oh, okay Hey, Jungs, du bist da, Leute Wie nehm ich denn den Booster? Okay, Leute, wir müssen durchziehen Oh 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 Let's go Wo seid ihr, Jungs? Ich werd euch rasieren Oh, oh Nein Nein, nein, nein Nein, nein Wo? Wo? Da vorne Oh Das war richtig knapp Na, fahr mal mein bester Reifen sanieren Ja, hallo Was war das denn grad? Hey Okay, ich zieh durch Nein Ah Da hinten ist er, Leute Oh, 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 oh Nein, die Reifen Nein Nein, nein Oh, oh, oh Ey, lass das Mann Ey, ich bin doch schon 10 Minuten vor euch Er will durchziehen Oh, Alter Hast du Glück gehabt Hast du Glück gehabt Puh Puh Das wird jetzt richtig brutal Nein, nein, nein Nein Nein, Dicker Dankeschön Gerne, gerne, gerne Ja, Aiming Aiming muss man haben Da war's Kasper ist da hinten erst Wow Aaaaah Komm, Dicker Deno Deno, Deno, bleib hier Dein Motorrader Jetzt komm her Ja, ich hau auch ab Ich hab's auch so in den Checkpoint Hey 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 Aber in den Checkpoint geschafft So, Deno Wo treibst du dich rum, hä? Oh Na komm mal her, mein bester Na komm Ich bin doch gleich Ich warte auf dich Hallo Okay Und tschüss Oh Und Ich bin hier Ach Leute Das Rennen macht richtig Bock, Alter Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Oh Och ne Was passiert jetzt? Turbo Jo Sehr schön Ja Ja Ach nein, sie sind am durchziehen Ja Kasper, du musst ihn aufhalten Es geht ins Ziel Es ist gleich das Ziel Ich hab den Checkpoint noch nicht Oh nein Leon wird wieder gewinnen Der Otto Och ne Das Ziel, Leute Nein Das Ziel Ja Ach 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 Oh nein Ich hab auch reingeschissen Ja Ich hab auch reingeschissen Mit dem Checkpoint Yeah 30 Sekunden, Leute Das wird ganz, ganz eng Ach ne Das schaffst du nicht Ach komm, ey Das schaffst du nicht Ach Ja, Leute Das war's mit einer weiteren Brutalen Folge GTA Leute, ich hab die Jungs ordentlich reingetrollt, oder? Wenn ihr es auch so seht Lasst auf jeden Fall ein Like da Schallert mal ein Abo raus Checkt definitiv noch die anderen Videos aus Ich wünsch euch einen schönen Tag Kuss geht raus Denno out Das war's mit einer Schallert Das war's mit einer